Hallo Leute, ich habe eine kurze Frage an euch und zwar bekomme ich bald Aliens, Kolonial, Marins, dann habe ich noch Terra und Binary Domain und Star Wars The Old Republic Online. Welches dieser Spiele soll ich eurer Meinung nach jetzt playen? Falls es ein Online-Rollenspiel ist, was für eine Klasse. Ja, okay, ich freue mich aber auf eure Antworten. Bis dann, ciao.